Die Verkehrszahlen steigen, unser Flughafen läuft auf Hochtouren. Wir haben uns angeschaut, wie unsere Beschäftigten diese herausfordernde Situation handeln. Heute sind wir ein Tag bei Vorfeldlotsin Kira Islinger. 6 Uhr morgens. Kira Islingers Schicht beginnt. Ein Kollege der Masu bringt sie direkt zur Rampe Mitte, einem der zwei Vorfeldkontrolltürme an unserem Flughafen. Guten Morgen, ich bin Kira, ich bin Lotsin hier bei der Vorfeldkontrolle in Frankfurt und ich nehme euch heute mit in meinen Arbeitsalltag. Erster Punkt auf der Tagesordnung, das Schichtbriefing. Da erklärt uns jetzt gleich der Schichtleiter, welche Betriebsrichtung wir haben, wie viele Flüge wir heute erwarten, wie das Wetter wird und natürlich auch die Verteilung der Mitarbeiter auf die Rampen. Jetzt muss ich aber rein, weil sonst bin ich ein bisschen spät dran. Neben der Rampe Mitte gibt es noch den Vorfeldkontrollturm Rampe Ost. Hier ist Kira Islinger heute eingeteilt. Per Follow-me ist auch dieser Weg kein Problem. Als Vorfeldlotsin arbeitet sie seit 2018. Ein Job, an dem sie vor allem die Komplexität fasziniert. Dass man halt sehr flexibel denken muss und kreativ werden muss, damit man alles vernünftig hinbekommt, dass man eigenverantwortlich arbeitet und dass wir trotzdem alle immer in einem Team zusammenarbeiten. Auch vorher war sie in der Luftfahrt aktiv, als Flugbegleiterin bei der Lufthansa. Jetzt ist sie als Vorfeldlotsin dafür verantwortlich, dass die Flieger sicher zwischen Rollbahn und Position wechseln können und sich dabei niemand in die Quere kommt. So, es gibt für jeden Tag einen Arbeitsplan und ich weiß jetzt schon, dass ich um 7 Uhr hier ablösen muss am Follow-me-Arbeitsplatz. Und das mache ich jetzt und erlöse den Kollegen. Gude. Gude. Am Follow-me-Arbeitsplatz unterstützt sie die nächste Stunde über Funk die Schlepper- und Masu-Kollegen. So, und guten Morgen an alle. Der Umgang untereinander ist freundschaftlich. Man kennt und unterstützt sich. Ja, Attila, da musst du einmal umschalten zur Mitte. Ich bin noch gerade im Osten. Unseren Flughafen findet sie als Arbeitsplatz fordernd und cool. V.a. wegen der komplexen Verkehrsführung. Dass sie den Überblick nicht verliert, liegt an guter Organisation und ihrem Radar. Hier sieht man einmal den ganzen Flughafen von oben. Wir gucken jetzt gerade so auf das Radarbild, wie wir auch aus dem Turm gucken. Die gelben Calls, die gelben Punkte sozusagen, das sind die Flieger, die jetzt gleich starten. Das sind die Outbounds. Und die, die in weiß gekennzeichnet sind, das sind unsere Inbounds. Und genau, in blau sieht man die Schlepps. Das sind die, die gerade auf meiner Welle sind, mit denen ich hier spreche. Und die Follow-me-s sieht man leider nicht. Die sind hier überall unterwegs. Und da muss ich die auch schon manchmal fragen, wo seid ihr jetzt? Die 1. Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten. Ein Flieger pusht raus, der andere will rein. Sie könnten sich in die Quere kommen. Da habe ich dem Follow-me jetzt gesagt, er soll bitte aufpassen, dass das Flugzeug, was jetzt gerade schiebt, bitte so weit zurückschieben soll. Er soll da ein Auge drauf haben, dass das andere Flugzeug auf die Position einrollen kann. Die steigenden Verkehrszahlen merkt man auch hier oben. Mehr Einfallsreichtum bei der Fliegerpositionierung ist gefragt. Schlüssel zum Erfolg ist gutes Teamwork. Ich glaube, wir sitzen ja hier alle im selben Boot. Wir müssen alle mit der Situation umgehen. Und ich glaube, wir machen zusammen auf jeden Fall das Beste draus, dass es funktioniert. Um 8 Uhr ist die 1. Stunde geschafft. So, ich bin jetzt abgelöst. Bis später vielleicht. Mein Kollege hat mich gerade abgelöst. Und um 9 Uhr geht es dann weiter für mich. Wann geht es dann weiter? Diesmal mit dem Taxi-Arbeitsplatz. Da spreche ich dann mit den Piloten. Das ist auch genau der Morgenpeak, den wir dann gleich haben. Und da muss man sich dann schon ordentlich konzentrieren, dass da alles vernünftig läuft. Konzentration während des Funks ist das A und O. Um Überlastung vorzubeugen, sind die Pausen zwischendurch essentiell. 8.57 Uhr. Zurück in die Kanzel und in den Taxifunk. Jetzt steht sie direkt mit den Piloten in Kontakt. Wichtig hier, alles im Blick behalten. Ich gucke, dass die Flieger, ich kontrolliere sie, dass sie richtig rollen, dass sie genau das machen, was ich ihnen gesagt habe. Ich habe ja hier jetzt den Datensatz zum Beispiel von der Fin-Air. Das ist der Flieger, der jetzt da drüben gerade steht. Den sehe ich auch hier auf meinem Radar. Und dann schaue ich, wo möchte der hin. Das ist Parkposition Victor 126. Das ist hier vorne. Da sehe ich auch schon, die Position ist frei. Der Follow me steht da, wartet auf den Flieger. Und wenn der mich gleich ruft, will er von mir die Anweisung bekommen, dass er hier über November 3 und November direkt zur Parkposition durchrollen kann. Fener 1-Alfa Bravo, Good Morning. Parking sent Victor 126, Turn Right, Taxi via November. In einer normalen Taxischicht setzt sie ungefähr 200 Funksprüche ab. Manche sind herausfordernder als andere. Kondor 9 Whisky, Mike, so hold position, please, I will call you. Was ist denn da das Problem, Samu? Ja. Delta E6, Good Morning, Parking sent Delta 1, Taxi straight ahead, November East end November. Jetzt hat mir der Pilot gerade gesagt, er wollte auf seine Position einrollen. Da gab es jetzt aber ein Problem, weil das System, was ihm eigentlich sagt, wie weit er rollen darf, damit er perfekt steht, ist gerade ausgefallen. Das hat er mir jetzt Bescheid gesagt. Dann habe ich den Samuel gefragt, was ist da das Problem. Und er hat mir gesagt, der Follow me macht jetzt wieder an. Er sagt mir Bescheid, wenn der Flieger weiter rollen darf. Ohne Multitasking geht hier gar nichts. Das ist wahrscheinlich auch was, was man mitbringen muss für den Job, damit man auch in stressigen Situationen immer einen kühlen Kopf bewahren kann. Und hier ist ja jetzt gerade noch gar nicht mal so viel los. Also da geht noch deutlich mehr. Um 11 Uhr ist die Taxischicht geschafft. Trotz vergleichsweise ruhigem Ablauf sind die steigenden Verkehrszahlen Richtung Sommer überall deutlich spürbar. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt so schnell wieder so rasant ansteigende Flugverkehrsbewegungen haben, ist es schon so, dass natürlich die Prozesse unten am Vorfeld und auch in den Terminals alle jetzt länger dauern werden. Was wir vermehrt haben mittlerweile, ist, dass Positionen belegt sind für Flieger, die schon gelandet sind. Dann warten Flieger teilweise 30 Minuten, bis sie dann endlich auf den Parkplatz können. Und man weiß ja gerade am Flughafen, jede Minute zählt. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr gut als Team zusammenarbeiten, nicht nur bei uns, sondern auch mit den Follow-me's und mit den Marschallern, auf die wir uns auch immer hundertprozentig verlassen können. Und ich glaube, dann werden wir das schon wuppen hier im Sommer. Zielgerade. Für eine Stunde ist sie noch in der Position der Koordinatorin aktiv und kümmert sich um alles, was ihre Kollegen am Funk nicht übernehmen können. Wo sie am liebsten sitzt, weiß sie genau. Ich sitze eigentlich am liebsten am Taxi, weil man da am meisten zu tun hat. Ich mag es aber auch gerne, am Follow-me mal zu sitzen, weil man sich da so ein bisschen immer durchwurschteln muss durch den Verkehr des anderen. Und da muss man dann schon manchmal ein bisschen kreativ werden. Um zehn vor zwei ist es geschafft. Nach aufregenden Stunden ist ihre heutige Schicht beendet. Hallöchen. Hi. Da ist ja meine Ablöse. So, was hast du denn? Es ist gerade ziemlich ruhig. Du hast gar nichts. Einteilung ist soweit fertig. Wunderbar. That's it. Dankeschön. Viel Spaß. Meine Schicht ist für heute beendet. Der Tag lieb eigentlich ganz gut. Es war recht entspannt. Wir haben alles gut hinbekommen und jetzt freue ich mich auch auf meinen Feierabend. Bis zum nächsten Mal.